Vielleicht hat Danballer noch was übrig gelassen. Ja, mein Lieber, der ist dauerbekifft. Schade, dass das bei den herrschenden Politikern nicht auch so ist. Dann gibt es weniger Kriege. Tja, das ist einer der guten Geister hier in Hamburg für mich. Und er ist sehr angenehm. Er ist zuständig für Schlangen, Bäume und Landwirtschaft. Und etwa 20.000 Jahre alt. Schade. Schade. Schade.